Hallo Welt da draußen und Freunde von Assassin's Creed Valhalla. Ich bin der Neo und ich zeige euch in diesem Video, wie ihr an den Brigantenholm kommt. Das erste Teil von diesem Set für mich habe ich bisher noch kein einziges gefunden. So, wir sind, natürlich sollte ich es auf der Map noch zeigen, wir sind hier an diesem Außenposten, den man jetzt gar nicht lesen kann, in der Nähe von den Hügeltor überresten. Hier links auf der Karte. Ich zeige es nochmal. Es laufen ein paar Gegner rum, die können wir aber mit dem Bogen relativ schön ausschalten. So, irgendeiner hat das jetzt wahrscheinlich gesehen, der wird gleich gelaufen kommen. Dabei schalten wir den da hinten aus. Ja, diesmal freuten sich die NPCs genau so, wie ich es gewohnt bin. So, der kommt jetzt hier hoch und guckt, was seinem armen Kumpel da passiert ist. So lange warten wir noch schnell. Da ist er schon. Dachte ich schon. So, und das war es dann auch mit ihm. Dieser Außenposten ist insgesamt ziemlich gut, denn es gibt ja auch noch einige Ketten, die man sich schnappen kann mit jeder Menge Zeug drin, wie zum Beispiel hinter dieser Wand. Ganz wichtig ist auch Stoff dabei. Ganz wichtig, wenn man später seinen Kocher, äh Kocher, Köcher oder seine Tasche, Mahlzeitentasche aufwerten will. So, die machen wir auch ganz schnell weg. Da ist nämlich auch was dabei. So, damit du auch keinen Ärger machst. Auch weg, so. So, lass mich hier bitte runter. Und weg ist er. So, als nächstes gehen wir hier nicht rein, sondern hier hinten gehen wir rein. Auch hier, ich zeige dir mal, eine Truhe. Noch eine Truhe. Dann ziehen wir uns diesen schönen, großen Stein hier vor, indem ich mich gerade reingeklippt habe. So. Gehen noch durch diese Spalt. Und dahinter ist auch schon das, wofür wir alle hier sind. Find ich der Brigantenhölm. Bin ich ja mal gespannt, wie die ganze Ausrüstung aussieht. Ich gucke den mal kurz an, auch von den Werten her. So, der Brigantenhölm. So sieht er aus. Was macht das Ding, wenn man alles voll hat? Und Rüstung wird erhöht, wenn du von mir aus zwei Gegner umgeben bist, zusätzliche Verbesserung für Nahkampfschaden. Also, eigentlich ein ziemlich geiles Set. Alles klar. Ja, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch geholfen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da oder vielleicht sogar ein Abo. Oder guckt auch mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei, neozockt8.5. Immer live, Montag, Mittwoch und Freitag. Dankeschön.